Willkommen zurück und ein Aufweiter L.P. so nach dem langen Anfang hier bei dem Welt jetzt war schon so richtig los und jetzt jetzt habe ich mal Bock so richtig wieder so auch hier schweiß schon ein Leben herum nein ach da ist er ach verdammt wir hätten auch etwas warten ja ich bin auch dabei wieder ich war gerade nur beschäftigt also komm hier hoch aufs Dach auf diesem großen Gebäude da auf dem Dach ah ja scheiße wir sind verteidiger wie sie haben mich erwischt ja verdammt ich hoffe nur wenn ich jetzt auf das Gebäude hier da umgehe okay das ist dann hoch gedrückt also ich meine auch das steht dann schon ja hat das ich muss ins Gebäude rein ne da treppen hau 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 ja 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 wie weit ganz hoch tot ganz hoch ich bin gerade tot deswegen ja ich komme jetzt wieder ich setze gerade nur hier wieder meine die ja ich bin gleich da Boah, ich muss bloß geduckt bleiben, sonst... Wer schießt von wo ungefähr? Ah! Oh, kacke Schöne Sache Ja, ja, ja Boah, ist klar Scheiß Schafschütze, ey Halt Oh, scheiß Schnurbert 99 Ja, also das ist noch einer Wir haben mich gerade gekillt Mannequin Oh, Rücken Achtung Achtung, ich bin hinter dir Wir werden schaßen Oh Ich weiß Ich... Ich glaub von hinten kam, Alter Ich glaub von hinten kam, Alter Jetzt kriegst du gleich einen, jetzt kriegst du Achtung Achtung Freund Ich glaub von hinten Gibt mir grad mal Rückendeckung, ich stell dir Flamore Ja Das ist dumm Also, wenn die da drüber laufen, fliegt es in ihr Luft. Nein, wir. Doch. Dadurch sterbt. Nein. Ah, ist der gestorben? Woher kam das? Claymos, wie hast du die erste, die die gekauft wurde? Keine Ahnung. Nee, die kriegst du, wenn du, die musst du bei Fähigkeiten aktivieren. Ja. Also, die haben so einen Draht und wenn die da drüber laufen, ja, einer ist wieder ein Claimer. Alter, mach. Also, ich hab ja schon gesagt, dass ich auch mal auflegen will. Mal lauter auflegen, hier. Ich hab mir beinahe in die Hose geschissen. Und das Spiel ist aus, aber... Nein, scheiß. 80 XP übrig, bis zum nächsten Tag. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja gut, aber seitdem ich ja fliege... So, Dahlian, die magst du ja so. Geh das. Äh, joa. Fliegen, in Anführungszeichen. So, ich glaub, wir sind die Verteiliger. Ja. So, ich fahr direkt mal hier mit dem... I hope it. ... mit dem A-G-L-A-G-L-A-N-G. Und jetzt die Scheiße auch aufgestellt. Äh, spielst du eigentlich schon über WLAN oder LAN, dann? Weil manchmal kann es ja sein, dass der ja auch WLAN aus Erwähnen anwählt. Oha. Rein, wie fahr. Startramm- Larn, 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 Larn. Ey, du blödes Arschloch. Ich hab mich aus dem Weg gerammt, ey. Was hat er denn gemacht? Ja, das hasse ich immer. So, ich hab gerade mal meine Tür zugemacht. Oh, aber ich schliebe die Karte hier für die Karte. Doch, ich meine, so. Hä? So. Ja, und ich, mich? Hä, was hat das mit der Karte zu tun? Naja, gibt keinen Sinn. So, ich glaube hier das Mai wieder ein, zwei Teile, so wie es aussieht. Gut, ihr wisst ja jetzt hier Bescheid, ich mach hier wieder einen zweiten Teil raus. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt auch schon mal viel Spaß beim Zyklen. Zumindest später. Ich wünsche es, boah, ich werde geschossen hier. So, ich fahre mal hier rechts. Und ich versuche reinzuhalten. Wie sind denn unsere Feinde? Ach das, ich versuche zu dir. Da drunter fahre, von meinem Schützling da. Ne, ist so, das fühlt mich manchmal so auf. Ja, nein, weil wenn man das jetzt nur hört und nicht sieht, dann kann man das auch ein bisschen schinken. So, endlich. Und wir sind nicht im Team. Er ist ja auch standard mittlerweile. Ja, ich würde mal sagen, neuer Anlauf mit Schwung und jetzt hier. Viel Spaß, Leute, in der Scheiße Ankunft. Oh, der ist auch wieder rausgegangen. Könnte ja auch sein. Ha. Geh doch raus. Echt. So. Ich will mal hier ordentlich beschossen. Achtung. Raus da. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, krachseln. Scheiße, besser. Oh, oh. Verdammt. Verdammt. War klar. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Einen schönen Feind mal umgepraschen. Ich glaube nicht, dass ich schön bin. Joah. Denk ich mal. Äh. Okay, ein bisschen zu hoch. Und da. Jawoll. Headshot. Alter, geht das Auto wieder weiter. Oh, mein Auto krank. Ich muss mal das Spiel können wir ausnehmen. Da war ich ja schon recht. Ne, 14 zu 12 ging das Spiel ab. Also, wow, das war echt turbulent, ey. Aber, das war echt nicht. Ich bin der Fall noch nicht. Oh, wie realistisch. Wow. Oh, Scheiße. Und dafür habe ich einen. Und zwar genau hier. Ach, Mann, der ist einer von mir. Was find ich scheiße? Jawohl, ein Panzer. Och, meine Fresse, ey. Echt. Könnte ich ausfassen. Das ist ein Let's Play. Also, hier steht warum der Wagen. Wir haben keinen Klaut. Sehr gut. Geht's mit Schwung. Ach, verdammt. Ich kann mich auch noch nicht mehr. Sandrich Börschen. Stimmt, der Verzeihung hat auch noch mehr. Jetzt bist du dran, Junge. Ich mach mich gut. 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 Ich mach mich gleich. Ich hab gar nicht gedacht, dass er eine Versuche dabei hatte. Aber... Okay, Achtung. Ja. Ja, und... Ach, Mann, ey. Ich denk immer, dass er so ein Gegner... Boah. Alter, ich bin doch nicht mal eingeschrieben, schon abgeschossen. Ich frag mich, wieso dieser eine Spieler von euch immer bei mir spawnt. Also, immer in meiner Nähe ist. Ja, find ich auch irgendwie sau komisch. Die ganze Zeit geht er auch für mich los. Scheiße. 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 Scheiße, ich hab noch ein bisschen. Jawoll, und weiter geht's. Ja, haha. Das war jetzt Fail für den Gegner, aber sowas von... Klar. Mein übler Fail. Schlechter Kug, glaub ich nicht. Das hier. Oh, ich komm hier nicht von meiner Schwarzstühre weg. Keine Fahrzeuge hier. Außer Boote. Aber ich mag keine Fahrzeuge. Da haben die Busch doch oft rum. Aber gerne. Ich darf mich schön haben, checken das hier. Keiner ist. Außer ich. Die reiche von den Typen, die ich eben erinnert habe. Ach. Weint. Ja, jetzt warnt ihr noch nicht mal ein verfluchtes Scheiß Teil von Hesekopter. Jeder eine eroberte Flagge. Was sollen die Kacken? Schieß doch nicht schön aus. Oh, und bei uns schneit es. Okay. Stopp. Okay. Stopp. Also in real life. Dieser Flugzeug. Nein. Stimme. Schokolade. Ich will Schokolade. Schokolade. So, dann greifen wir mal endlich wieder an. Wow. Der Panzer gehört mir, Junge. Shit, 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 shit. Yes. MC. Ziemlich. Ach, Junge. Das ist mein Kanzel. Ich will doch mal Kompon umzuschießen. Nee, das ist natürlich für mich verbunden. Das ist natürlich für mich. Das ist für mich verbunden. Das geht. Ja, jetzt, ich. Wow. Ne, ich darf mich nicht ändern. Der Rückflug. Euro Rauer wenn ich schon wieder in der Verfluchte das ist gut sieben das Wort hat er auch hier gilt die Firma Scheiße! Ah, aber 3, Mann! Irgendwer! Ups! Da hat er... Ach du Drecktack, bitte! Ich dachte, wer schießt denn da auf den Schöne? Ja! Oh, oh! Ah, verdammt! 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 Das mache ich doch gerne! Und... Ach! Okay! Mann! Ich sage wieder! Aber ich bin besser bei mir! Das wärs dann! Bis zur nächsten Folge! Ciao, ciao und bis dann! Tschö, Leute!